So, wir müssen gerade... Darf ich jetzt bitte mein Einsatztraining fahren? Bitte! Bitte, 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 bitte! Oh, da ist ein Gegner. Sehen wir, Ben? Die Chefin hat noch einen Job für euch. Was? Jetzt noch? Wir haben Feierabend. Ihr wisst doch von dem Weltwirtschaftsgipfel, der nächste Woche hier stattfindet. Äh, ja klar. Eine Delegation aus Südamerika trifft schon jetzt ein. Sie brauchen Geleitschutz. Dieser Einsatz der Kollegen vom Revier 12 war erst morgen vorgesehen. Die Leute sind jetzt nicht im Dienst. Alles klar, fahren wir zum Flughafen. Nein! Nein, nicht die Kon... Mh... Hallo, gib Gas. Hallo! What the fuck? Gib Gas. Sehen wir, das wird wohl nicht unsere letzte Eskorte diese Woche. Wieso ist das eine größere Geschichte? Machst du Witze? Hohe Tiere und Wirtschaftsbosse aus aller Welt in unserer Stadt. Es sind 1000 Gegendemonstrationen angekündigt. Das wird rund gehen. Das wird doch uns kaum betreffen. So eine Konferenz findet ja nicht auf der Autobahn statt. Wir werden sehen. Pflanzel, wie wichtig? Mh... Mh... Kein Problem! Einmal mal die Deko mitgenommen. Ich mach mal Blaulicht an. Wir machen mal das Blaulicht an. W mountainstädter! Was tut ihr hier? Sieht, wollte ich grad schon sagen... Alles gut. Uns geht es prächtig. Ja gut, nicht so viel. Da werden wir uns gut beführen. Mann das ist der Flughafen Nein, Taste 2 ist nicht Nitro ich gehe nach rechts Oh, so viele Autos Oh, die Autos, die uns verfolgen, finde ich mal gar nicht gut Was, Abstand zu klein Wie viel darf ich denn maximal Ich halte einfach mal, keine Ahnung 50 Meter Abstand Das muss dann schon passen Ja, komm Wotafuck, was nimmt der mit? Ich muss mich verarschen Ja, 50 Meter so Ja, gut, ein bisschen mehr Oh, Abstand zu klein Oh, Abstand zu groß Na, passiert da oben mal was, oder? Hallo Ah Achso, oh, 20 Meter Hab ich vergessen Ach, schon zu klein Ich glaube, ich war nur mit Blaulicht Weil das scheiß Tatüter da Das kotzt mich jetzt schon an Wahrscheinlich so ein Pfeil drüber Weil ich die beschützen muss, oder? Oh, oh Abstand war zu klein Abstand wird zu groß Oh, wie lang geht denn diese Scheiß hier? Ey, nicht links Alter, nicht links abbiegen Ja, komm, auf Abstand zu klein Oh Ich hab Heimweh Komm, lass uns zum Revier fahren Ups Du bist ja schon großer Polizist Ich will aber Ja, gut Wieso viel geschlagen? Huh? Wut? Verschied das jemand? Huh? Wiederholen Okay Oh, nee Nicht nochmal die ganze Kacke Boah, nee, da hab ich jetzt keinen Bock zu Äh, wie kann ich denn ab? Seh mir, das wird wohl nicht unsere letzte Escort Nee, Klappe jetzt Aufgeben Was? Nee Aufgeben Aufgeben Ja, hab ich Hier, die Fälle Was? Nein Zurück Die Fälle Einsatztraining Das entgegt das schon wieder Oh Seh mir, Ben Die Chefin hat noch einen Job für euch Was? Nee Wir haben Feierabend Ihr wisst doch von dem Weltwirtschaftsgipfel Der nächste Woche hier stattfindet Äh, ja klar Eine Delegation aus Südamerika trifft schon jetzt ein Sie brauchen Geline-Schutz Dieser Einsatz der Kollegen vom Revier 12 war erst morgen vorgesehen Die Leute sind jetzt nicht im Dienst Alles klar, fahren wir zum Flughafen Nee Einsatz abgelehnt, ja Das ist mein Einsatztraining Cobra 11, bitte kommen Ihr Cobra 11? Hey, ihr beiden Schlafmützen Denkt ihr, dass die Einsatzübung nur auf euch wartet? Ah, die Einsatzübung Ich habe über eine Woche informiert, dass wir wegen der Baustelle die Autobahn ein paar Stunden für uns haben Und dort eine Übung durchführen wollen Oh Mist, die Übung habe ich total vergessen Wir sind unterwegs, legt schon mal los Und ist was dazwischen gekommen Alles klar Ich erwarte euch so schnell wie möglich am Sammelpunkt Sammelpunkt Einsatztraining Annehm Jawohl Was, zwei Kilometer? Alter, leck mir die Eier Endlich Oh, schneller Schneller Gegner Oh, ohne Spaß jetzt Ja, auf Wiederholung zu geben Es gibt ja auch gleich Lichthupe hier Kann ich denn das Nein, nicht blinken Kann ich Lichthupe geben? Weiß ich gar nicht So Ich habe Gas Ich mache jetzt mal unser Handy aus Das nervt uns eh die ganze Zeit Ruft Chefin immer an mit dem Willen Oh Will irgendwas von uns? Oh, Ratschaden, danke Gib Gas Gib Gas Gib Gas, gib Gas Ey, warte, der Fall zeigt leicht hin Oh, leicht zeigt Oh, oh, oh Oh, oh Seid leicht hinter uns Was soll jetzt das? Wir entfernen uns von der Einsatzübung Oh So entfernen wir uns Kann man das einer sagen? Wir sind jetzt weiter weg wie vorher Willst du mich verarschen? Oder Auto? Äh, Sack Äh, Sack Oh, na, sie juckt Oh 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 Ach, das ist eine Sack ist, ich muss hier rechts Ups Hab ich zu spät gesehen, tut mir leid Äh, ja Jawohl Ich habe kein Nitro Ich habe kein Nitro Alles verbraucht Bin mal gespannt, was hier In der Einsatzübung auf uns wart Und jetzt Warum ich hier so voll Mach mal Platz Mach mal Platz Dumm, dumm, dumm Alle Platz machen Ne, du blinkst nicht links Warum blinkt die alle links? So, so, so Hier durch, hier durch, hier durch Bis mal hier runter? Ja, muss man Ja, wohl Oh, Schild Jawohl, da ist uns der Reifen Und hier müssen wir, glaube ich, stopp, oder? Stopp Stopp Da seid ihr ja endlich Hattet ihr Angst, dass ihr mit meinen Bestzeiten nicht mithalten könnt? Haha, sehr witzig Wir hatten einen Notfall Frühstücken? Wie kommst du denn darauf? Durch meinen unfehlbaren kriminalistischen Instinkt Und durch die Krümel auf deiner Jacke Dann lass uns jetzt mal anfangen Frühstück nachts Zuerst möchte ich, dass ihr diesen Wagen da vorne zum Anhalten bringt Schaltet Blaulicht und Sirene an, dann fahrt ihr neben ihn Er wird anhalten Nix passiert Ihr könnt ihn befragen Dann lasst ihn wieder fahren Wie es dann weitergeht, teile ich euch über Funk mit Alles klar, dann mal los Okay, los geht's Ey, 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 der fährt weg Der fährt weg Der fährt weg Okay, wo kommt er? Wo kommt er? Wo kommt er? Lol, fährt er mir vorbei Hey, der hält schon, ja, und jetzt? Achso, ich muss da nebenhin Position halten, okay Wie? Nein, die meisten Fahrer geben dann auf Echt jetzt? So, eins Das nächste Mal, ich habe keinen Nitro Nö, 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 halt, wie, la, nicht bei dann Komm, jetzt Nitro Jawohl Umgeht, redet auch noch Komm Oh, es war vorbei Jawohl Was? Oh, nicht weg von